Hallo, herzlich willkommen heute auf meinem Kanal. Ich freue mich schön, dass ihr zugeschaltet habt, denn ich sitze hier in der Sonne. Wir haben den 2. November und ich sitze auf meinem Balkon und genieße jetzt momentan diese Sonnenstrahlen und auch meine Sommerkleide. Ich liebe den Sommer. Ich bin im Juli, also Ende Juli geboren und deshalb habe ich immer so gerne den Sommer und nehme den auch gerne mit in den Herbst. Und ich entführe euch jetzt und zeige euch, was ich aus meinen Sommerkleidern mache, damit ich sie auch noch im Herbst oder gar im Winter tragen kann. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Das Kleid ist von H&M. Zuerst als Sommeroutfit. Und hier mit Leggings und Stiefel. Und hier mein zweites Outfit. Das Kleid ist ebenfalls von H&M. Und dann auch wieder hier mit Leggings und Stiefel für den Herbstoptimal. Ja, jetzt habt ihr mal 2 Outfits von mir gesehen und so trage ich das auch noch. Mit anderen Kleidern mache ich das einfach. Ich ziehe einen Top ein kurzes drauf an. Gerade bei diesen Formen von Kleidern eignet sich das wunderbar. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und genießt auch noch die wunderschönen Sonnenstrahlen, die wir jetzt im November haben. Und dann ist es bald Weihnachten und dann ist die Zeit auch nicht so lange. Und in diesem Sinne wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Und bis bald. Ciao.